Ich werde kurz oder lang, wenn ihr nach Frankreich fahrt, auf diese Stellplätze treffen. Bereitet euch gut vor, kauft diese Karte im Internet für 5 Euro. Bis zum nächsten Mal. Dann melde ich mich aus Verdun-sur-Mer. Hier geht jetzt gleich die Fähre ab, oder auch nicht. Und warum wir hier jetzt so weit weg stehen und nicht ans Kassenhäuschen kommen, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Oh, ich glaube, ich sehe es. Es ist doch sehr voll. Okay, wir nehmen die Fähre, weil wir uns die knapp 90 Kilometer durch Bordeaux sparen möchten. Das kostet zwar ein bisschen Geld, ich glaube 43 Euro. Und dann kommen wir hier von Verdun-sur-Mer nach Rouillon. Von da aus wäre es dann eigentlich bis nach Hause nur gute 1000 Kilometer. Aber wir fahren nicht direkt nach Hause, wir fahren ja noch an die Loire. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier und das geht erst weiter, schätze ich, wenn die Fähre angelegt hat. So sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Also, wenn es dann auf die Fähre geht, melde ich mich zurück. So, ja. 43 Euro war ein Irrtum. Es kostet 50,20 Euro. Einmal übersetzt. Tina fällt gerade die Kinnlade runter. Aber wir sind ganz entspannt, weil eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. So, deswegen finden wir das jetzt ganz spannend. Wir sparen uns halt eben diese stressige Durchfahrt durch Bordeaux. Also, wenn es jetzt aufs Bötchen geht, aufs Schiff, auf die Fähre, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Keine Ahnung, ob man das sieht. Da kommt die Fähre. Eigentlich doof. Aber... Kleines Ding. Bin ich mal gespannt, ob da alle draufpassen, die hier stehen. Oh, oh, oh. Ich muss nicht betonen, dass das hier genauso zugeht wie in Paris in der Innenstadt. Die haben alle Angst, dass sie die Fähre verpassen. Um 180 Metern fahren Sie mit der Fähre. Wir sind auf der Fähre. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, ob man mich versteht, ich versuch's mal so. Hier fließt die Gironde in den Atlantik. Ich weiß gar nicht, ob man mich versteht. Ich melde mich nochmal. Passend zur Runterfahrt von der Fähre ist natürlich der Akku von der GoPro abgeschissen. Leider konnten wir das nicht filmen. Aber war nicht spektakulär. Die Luftfederung hat bombe funktioniert. Ich hab die auf 7 Bar hochgepumpt und wir sind nicht hängen geblieben. Also erste Sahne. Das hat schon mal gut funktioniert. So, jetzt haben wir getankt in Rouillens für 1,41 Euro. 5. So, und jetzt geht's weiter an die Loa. Hier ist irgendwie Samstag, heute logischerweise. Und irgendwie ist es hier ganz schön voll. Überall. Aber wir haben es ja nicht eilig und sind nicht auf der Flucht. Und somit sag ich erstmal, es ist gleich. Und wenn was passiert, schalte ich euch wieder dazu. Bonjour. Ja, wie ihr seht, gibt's auch in Frankreich Staus. Ich wollte noch kurz was richtigstellen. Und zwar die Fähre, die wir genommen haben, von Verdun nach Rouillens. Das ist eine Kilometererspanie, wenn man also nicht durch Bordeaux fährt. Nicht von 80 Kilometern, wie ich gesagt habe, sondern von 180 Kilometern. Und somit sind die 50 Euro gar nicht so teuer. Weil da sind schon, kannst du schon 30 Euro Dieselkosten abrechnen und den ganzen Stress da durch Bordeaux. Von daher sind 50 Euro für uns in Ordnung im Nachgang. Also, 180 Kilometer spart man sich da. Nun, es nutzt alles nichts. Wir stehen im Stau. Und es regnet. Und das Wetter soll nicht besser werden. Ich bin gespannt, ob meine Frau das Schloss heute noch zu sehen kriegt. Ankunftszeit, wie wir losgefahren sind, war 13.40 Uhr ungefähr. Jetzt ist die Ankunftszeit bei 15.13 Uhr. Und das ist der Zwischenstand. Also, wir sind hier irgendwo in, wo man, wie das ausgesprochen, Bordi? 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 Bordi. 120 Kilometer vor Tour. Oder Mour. Also, Anger steht da. Saumur und Anger. Also, Saumur heißt das mit Sicherheit nicht. So. Quatsch.TV zu Ende. Wir sind richtig Action auf der Autobahn. Ich zeige es euch nochmal. So, dann sage ich mal Tschüss. Bis später. So, dann sage ich mal Tschüss. Musik Die Tina hat den kleinen Schirm gekriegt und ich die Safari-Ausstattung hier. Ja, also nicht erschrecken, ich bin's, der Olli. So, wir stehen hier auf dem Stellplatz. Ah, sieht man auch schön. Wie hieß das Schloss noch? Amboise? Der Entsorgung. Das ist der Campingplatz. Chateau Amboise. Amboise. Also, wir sind hier in Amboise und gehen jetzt zum Chateau Amboise. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, nachdem Google mir das erzählt hat, wie das auch richtig heißt. Also, wir sind hier in Amboise. Steht da auch. Welcome. Welcome to Amboise. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Schloss Amboise finden. Das gucken wir uns jetzt an. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Jetzt ist kein Punkt. Ja, also da ist schon mal das Schloss Amboise. Das ist hier eine Insel. Ile d'Or. Ile d'Or. So heißt das Ding. Irgendwie. Ansonsten ist das hier ganz schön, wenn es nicht so regnen würde. Also, Leonardo da Vinci hat da seine letzten Jahre verbracht. Hier oben. Da, ein Schloss Amboise. Jetzt gucken wir mal, ob wir da näher dran kommen. Da hinten ist der Stellplatz. Das ist der General Leclerc. Da ist der Supermarkt benannt worden. Das sind natürlich Fake News, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. zurück, wenn es einen Punkt ist. Da sicher bin undенные und bleibt dir dabei. Von mir hier gerade dann gibt es doch ganz schön. Ich wlingspersprache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, richtig. Genau, korrekt. Ja, er hat die Tür auf der anderen Seite. Kannst du auch nicht ändern. Ihr seht auch hier in Pont de Mausson Diskussionen ohne Ende. Aber wir bleiben hier mal so stehen. Ja, guten Morgen aus Pont de Mausson. Ja, was soll ich zu der Nacht sagen? Zu dem Stellplatz hier. Eigentlich geht der gar nicht. Aus folgenden Gründen. Und zwar stehen wir jetzt hier in dem hinteren Teil. Das ist A sehr eng. B ist Mac Drive. Genau, dahinter. Und da ist abends die Hölle los. Und nachts. Also unvorstellbar laut. Und dann haben sie hier... Also der ganze Stellplatz ist von Dauercampern geprägt. Dauercamper heißt, die zahlen hier 60 Euro die Woche. Mit Strom, Wasser. Wasser in dem Sinne, dass sie sich das zapfen können. Toilette, Dusche. Alles was dazugehört. Und das macht im Monat rund 240 Euro. Billiger kannst du nicht wohnen. Und im Grunde ist hier kaum Fluktuation auf dem Stellplatz. Das heißt, hier einen Platz zu kriegen ist irrwitzig schwer. Ich habe mir eben vorne angeguckt beim Bäcker. Da stehen die Leute auch auf der Bushaltestelle quasi. Da ist auch jetzt die Polizei. Aber das ist hier eher schlecht. Und dann gibt es das Problem, dass sich hier die Dauercamper angewöhnen, die Katzen zu füttern. Die machen, nachdem dann McDonalds zum einen nur zu hat, bei den Leuten, die die gefüttert haben, ein riesen Zerbo. Ein Schreien und ein Machen und ein Tun, dass du aus dem Tiefschlaf kommst und denkst, was ist hier los? Ja, bis dann die Leute aufwachen, den Katzen was zu fressen geben und dann ist auch wieder Ruhe. Aber dann hat es ungefähr 2 Uhr nachts und du hast kaum ein Auge zugemacht bis morgens um 7. Und das ist echt Käse. Von der Straße hört man nicht viel. In der Tat, wir müssen hier den McDonalds direkt von gestern entsorgen. Und tschüss. So, McDonalds ist da vorne. Da, da. Und da vorne, hinter dem Baum, ist die Boulangerie. Und die ist wirklich gut. Das war jetzt hier der Eindruck von dem Stellplatz Pont de Moussons. Wir werden hier nicht mehr hinfahren. Weil das, also von der Lage ist ja super, aber alles andere kannst du in die Tonne treten. So, ich sag das mal so wie es ist. Bin halt so, kann ich auch nicht ändern. Ja, also wir fahren jetzt weiter und ich melde mich dann, wenn es hier weiter geht. Ja, eine Fähr- und Entsorgung gibt es hier logischerweise auch. Und da vorne. Die ist ein bisschen schmal. So, und alles was länger ist als 8 Meter gehen, chancenlos. Und wie gesagt, da die Leute hier wochenlang stehen. Ja, die Keile sind teilweise eingewebt mit Spinnnetzen. Das ist unvorstellbar. Ja, aber für 240 Euro, da kriegst du ja nicht mal eine Bude in der Platte. Jetzt geht's für uns weiter. Ich sag mal bis später. Tschüss. Ja, auf diesem Stellplatz war definitiv das Highlight McDonalds und der Bäcker. Das war's. Leider. Und heute Morgen, wir haben's jetzt viertel nach neun, sind so ungefähr fünf Plätze frei geworden. Und alle anderen bleiben da stehen. Ich mein, die ist so schön da. Also, wir fahren jetzt nach Luxemburg, tanken da. Schauen wir mal, wie's weiter geht. Montagmorgen im Berufsverkehr. Adieu. Wir sind in Luxemburg, haben wieder mal am Senniger Berg an der Esso getankt. Und vor drei Wochen, wie wir hier eingefahren sind, war das noch 1,17 für Diesel. Jetzt ist 1,27,6. So. Wir haben gerade 79 Liter getankt. Beim 80 Liter Tank müsste es heißen, dass ich eigentlich nur noch einen Liter da drin hatte. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Restreiche Weite waren 60 Kilometer. Also passt wohl etwas mehr in den Tank als angegeben. Ja. Dann geht's jetzt weiter. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Zu Hause wahrscheinlich. Na. Desinfektion. Besser ist er. Also bis später. Also fährt's dazu, da hört man mich vielleicht besser. Wir sind zurück aus Frankreich von unserer Rundreise. Ich blende euch das mal ein, wie wir gefahren sind. Das haben wir dokumentiert. Das haben wir dokumentiert auf HolaStep. Der Account ist öffentlich und kann von jedem angeschaut werden. Dort haben wir jetzt Station bebildert. Bebildert. Für euch dokumentiert. Und ja, die Videos dazu gibt's natürlich auch. Und ich freue mich, dass ihr euch das mal anschaut. Also ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos und bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn's euch gefallen hat, bitte ich um einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Danke. Moin, liebe Leute. Also, wir beenden unsere Frankreich-Reise heute hier in Krefeld bei der Waschanlage Smets im Hintergrund. Und ja, hier ist ein kleines Korall-Treffen. Gerade. Mit Uwe getroffen. Ja, der auch in der Facebook-Gruppe Korall S670SL ist. Der auch schon einmal hier sein Wohnmobil waschen lassen hat. Ja, und wir fachsimpeln gerade ein bisschen hier über unsere Wohnmobile. Haben eine Dreiviertelstunde Wartezeit. Und dann geht's in die Waschanlage. Also, Uwe mit Korall. Ja, liebe Freunde. Wie gerade schon erwähnt, hab ich den Uwe getroffen. Der auch ein Korall-S670SL fährt. Und wir haben so ein bisschen gefachsimpelt. Und ich bin jetzt dran mit der Wäsche. Und das filme ich nochmal ganz kurz, weil ich verlinke euch das Video zur Waschanlage Truckwash Smets in Krefeld hier oben nochmal. Und freue mich danach auf ein Picobello sauberes Wohnmobil. Also, bis später. Ciao, ciao. Soll ich das mal anmelden? Ja. Das ist die Adria-Karawane. Ja, das ist ganz einfach. So, dann haben wir wieder den Micha von Smets, der das Wohnmobil wahrscheinlich und ganz sicher wieder mit Lidl wäscht und wir ein tolles Ergebnis haben. Also, auf mich. Ja, richtig. 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 Wir befinden wir noch die Geimunäge. Na tellen Heidi Vör Ding. Da Stückiler war das 14. planets für holla dieuerlung Esperen 있을 sich. Das istktorzeige. Ja, richtig. wirklich so. Ich messed auf dasỷ Prozent. Du hast wohnt etwas Buches. Du hastのは ich eine ganze Nutziング ist da deductible. Ich habe ein celebratedes Sohege stuff und Masch. Ich bin mir, auch einmal gut. Musik Ja, liebe Freunde, mit dieser sensationellen Nachricht verabschieden wir uns von dem Ende unseres Urlaubs mit einem sauberen Wohnmobil und freuen uns dann auf die nächsten freien Tage, die wir haben, um wieder mit unserem schönen Wohnmobil in den Urlaub zu fahren. Ich sage danke fürs Zusehen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, wünsche ich mir einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal CampMonkey. Ich sage danke und sage erstmal Tschüss und wünsche euch einen schönen Herbst. Tschüss! Tschüss!